Er ist noch unten gewacht! Hey Rico, hier kommen die bösen Jungs! Äh, wo ist der? Das ist halt blöd, diese Kamera. Die dreht sich viel zu schnell, also grad, äh, auf dem Fahrzeug. Ah, okay, da tun wir jetzt hier, äh, querfeld reinwärts. Fuck, 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 fuck! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm, dann nimm das aus! Ja, komm, steig rein! Da vom Motorrad aus konnten wir, komm, ich weiß jetzt nicht, irgendwie rüberspringen. Das Blöde ist, guck mal, die dürfen schießen, ich darf das nicht. Ich kann nicht schießen an der Fahrt. Und das, find ich, ein bisschen lösen. Ja, genau. Ah, komm, einsteigen, einsteigen! Boah, die Karre, die ist ja recht lahm. Irgendwie sind die Karren immer lahm, wenn ich jemanden verfolgen muss. Ja, ich wollte nämlich auf den draufspringen. Komm. Öpp, ja, ja. Nehmt die Hände hoch! Tut mir echt leid, aber ich fürchte, du regnst auch nicht die Limousine. Er ist wohl schon im Bruch, Herr Volker! Ja, wisst du was, wir kümmern uns erst mal um den Kiebchen hier. Ja, komm, wir sind bereit. Na, komm! Jetzt steig doch mal ein, nur meine Güte! Okay, dann müssen wir zunächst. Ah, der scheiß Heli. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zeitgebunden ist. Aber das Ziel scheint, ne, ein Kilometer, also über einen Kilometer entfernt zu sein. Wir müssen jetzt wie viel ist die lange Linie fahren. Ja, komm, gib mal ein bisschen Gas mit. Oh, warum schleicht denn der so? Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, kurz auszusteigen und versuchen, den Heli auszuschalten. Ja! Oh, hallo! Gib Gas! Ah, wisst du was, bei denen springen wir einfach rein. Öpp! Und übernehmen das andere Fahrzeug, wenn wir irgendwie rankommen. Weißt du was, jetzt reicht's, jetzt reicht's, komm! Ah, fuck, das ist so ein Kampfschrauber. Ja, komm! Alter, scheint wohl gepanzert zu sein, ne? Ja, komm! Okay, komm, putzen! Ach, jetzt wegfliegen, oder was? Ah, komm! Ja, komm! Ja, ich wollte schon wieder zählen. Haben wir irgendeine Waffe, die uns jetzt umbiegen? Ja, ich wollte schon wieder zählen. Fuck, ich bin gleich tot. Ja, fick dich, komm! Steig ein! Weil dieses Scheißteil nicht kaputt geht. Ja, ich glaube, ich entfasse, dass wir die Mission Nummer 9 machen müssen. Ja, Panzerfaust und sowas hab ich ja gar nicht. Ja. Das Blöde ist, ich kann jetzt auch keine Waffen auswählen, äh, während ich im Fahrzeug bin. Achso, ich hätte den eigentlich mal fahren müssen. Oh! Okay, da scheint's einfach ganz weit rum auf dem Berg zu sein. Das sieht bis aus... Ist das hier jetzt schon wässig, Park, oder was? Das sieht so bis aus wie das Tor. Ich hoffe, dass wir dann mal ein bisschen Gesundheit bekommen. Das wäre es ja nicht vom Spiel. Ah! Ich wollte draus springen. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Warte mal. Ich wechsle erst mal die Waffe. So. Das sieht echt ein bisschen aus wie ein schönwässigen Park hier, wenn du das so siehst. Oh, komm. Überfahre mich auch nicht, Junge. Ah, komm. Warum zählt der nicht einfach auf den Typen? So. Ah. Oh, Energie. Sehr schön. Aber wenn wir einmal hier sind, werde ich auch gleich die ganzen blauen, äh, Punkte einsammeln. Was bist du für einer? Böser, oder? Ein besoffener Böser. Nö, dich lassen wir mal in Ruhe. Ich hol erst mal den blauen Punkt hier drüben. Das haben wir echt mal cool gemacht hier. Irgendwas ist schiefgegangen. Oh, nice. Äh, wo ist jetzt hier... Dieses Päckchen. Ich seh's gerade nicht. Oh, hier. Ja, fünf Stück insgesamt, denke ich mal, wieder. Oder? Weil meistens war's ja bisher so, äh, dass alle, die zusammengehören, waren meistens auf einen Haufen. Okay. Okay, hier kommen wir nicht drauf. So, und zwei noch. Okay. Okay, da ist schon mal das andere. Ach, wo ist jetzt das mittlere? Ist das jetzt auf dem Dach, oder was? Das ist bloß die Frage, wie kommen wir da hoch? Also mit Greifhaken können wir uns sicher nicht hochziehen. Also zumindest ging's bis jetzt nie. Warte mal, ist das eine Tür? Okay. Äh, wo soll das andere Teil sein, frage ich mich? Oder ist das irgendwo unten? Ah, da müsste es ja unten eigentlich theoretisch noch irgendwo einen Eingang geben. Oder wenn wir das sehen, könnten wir das mit Greifhaken vielleicht dranholen? Nein, nein, ne? Ich denke mal nicht. Hä? Achso, ich dachte, ich hätte jetzt etwas gesehen. Na, wenn ich das jetzt nicht finde, dann lass ich das erstmal außen vor. Können ja vielleicht hier nochmal rundherum gehen, aber hier ist auch nichts. Ach komm, wir gehen erstmal zu unserem Hauptziel. Oh Gott, die halten schon deutlich mehr aus. Ah, fuck, 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 fuck. Ich bin auch noch mitten in die Granate reingetreten. Hier ist noch so ein blauer Punkt. Oh, Energie. Das ist sehr nett. Sehr nett. Äh. Ach, hier. Okay. Äh, da haben wir das auch. Äh, was ist dann der andere blaue Punkt? Das ist wahrscheinlich wieder ein extra Gedöns, der weit auf dem Dach wahrscheinlich ist. Na gut, da ignorieren wir den einfach erstmal. Äh, das Ziel scheint sich zu bewegen, also... Natürlich bloß die Frage, wo der ist. Ah, okay, hier. Immer den Pfeil nach. Okay. Okay, sauschön. Tja, soviel zum Thema Safer Sex. Ist doch so, du Rango. Okay, da haben wir das Ziel jetzt auch erfüllt, scheinbar. Und ich würde sagen, gleich zur nächsten Hauptaufgabe. Wenn es fertig ist, mitladen. Hier, Greifhagen. Setzen Sie Ihren Greifhagen an Fahrzeugen. Ah, fahrenden Fahrzeugen. Okay, das geht halt scheinbar nur bei fahrenden Fahrzeugen. Also jetzt direkt irgendwie irgendwo hochziehen können wir leider noch nicht so speichern. Ja. Ja, doppelt halt besser. Ich bin am überlegen, morgen zum Sonntag eventuell schon viel früher aufzunehmen. Und es einfach... Ja, aber ich werde... Ich werde ewig brauchen, bis ich den ganzen Kack hochgeladen habe. Ja, so, äh... Erstmal hier einsammeln. Äh, irgendwo... Müsste doch noch ein Midi-Pack sein, ne? Okay, ja. Ich sehe es schon, komm. Äh, ich habe das wahrscheinlich schon fertig, das Projekt. Und habe es vielleicht dann gerade mal zur Hälfte hochgeladen. Also, ich denke mal, ich weiß es nicht. Ist es bloß blöd, dass wir jetzt kein richtiges Fahrzeug hier haben? Ja, ich hätte das Boot nehmen können, aber das bringt mich jetzt nicht direkt dorthin, wo ich eigentlich hin möchte. Sofort stehen bleiben! Na, ey, sag mal, hätten wir nicht theoretisch einen Greifhaken nehmen können für einen Hubschrauber? Aber ich glaube, jetzt ist er zu weit weg. Ey, das probiere ich jetzt mal. Ach, warte. Äh, warte. Alter, ist das geil! Aber ich habe gehofft, dass der sich hochzieht dementsprechend. Warum kann der sich nicht hochziehen? Das ist ein bisschen blöd. Aber ist immer ein bisschen Mist, wenn der den ersten Durchwechseln geht. Achso, ich dachte, du willst mich angreifen. Ja, komm, ich benötige ein Fahrzeug. Ja, wärst du so freundlich. Ja, es ist wie bei GDA, wo du schon hier 10 Meter vorher einsteigen drücken kannst. Aber ich bin ziemlich cool hier, der Highway, wenn man den so nennen kann. Ja, ich bin ziemlich cool hier, wenn man den so nennen kann. Ist das einfach drunter am Strand? Nein, ne? Diesmal nicht. Das scheint aber nicht mal weit weg zu sein, ne? Na gut, an den Größen der Fallen kann man das gar nicht ganz zuordnen. Die sind immer gleich weit entfernt. Denke ich mal. Aber wie gesagt, das ist echt ein bisschen unübersicht gemacht. Gerade bei der Legende. Da steht es da, Briefing, anstatt es jetzt irgendwie hinzuschreiben. Äh. Ja, Hauptmission oder so. Wir fahren hier querfeldeinwärts. Äh. Wenn wir das irgendwie machen können. Geht doch viel schneller. Holen wir jetzt erstmal wieder dieses blaue Pünktchen. Aber wie gesagt, ich mag hier die Sonnenuntergänge. Beziehungsweise diese Sonneneffekte halt. Finde ich echt geil gemacht bei diesem Spiel. Okay, hier ist es schon. Wie gesagt, die restlichen blauen Teile, ja, die jetzt nicht alle auf einen Haufen sind, die werde ich offscreen holen. Und ich weiß noch nicht, ob ich die Außenposten alle im Let's Play mache oder dann auch offscreen. Weil im Grunde genommen scheinen die eigentlich immer die gleichen zu sein. Ich weiß noch nicht, entscheide ich spontan. Aber ich denke mal, wir werden im Laufe des Let's Plays immer mal wieder welche, äh, befreien. Aber das scheinen halt auch bloß optionale Ziele zu sein. He he. Du hast da in ein riesiges Wespen-Nest gestochen, Rico. Polizei und Armee verhaften alles, was sich bewegt. Mendoza wird nervös. So, jetzt legen wir den Köder für die Guerillas aus. Esperanza dealt neuerdings mit schwerem Gerät. Sie hat eine Anzahlung für Waffen gemacht, mit denen die Guerillas putschen wollen. Und du wirst ihr Händchen halten, damit nichts schiefläuft. Warum? Weil Uncle Sam das Geld kassiert, darum. Sorg dafür, dass Esperanza überlebt und die guten Jungs das Geld und die Kanonen bekommen. Dein Mietwagen. Nimm bitte zur Kenntnis, dass er keine Quatze hat, ja? Also fahr keine Dellen rein, okay? Ist ja nicht witzig, Rico. Zum Verlieben, oder? Mietwagen. Ja, übrigens, äh, was ich noch sagen wollte, dass, ich hab ne Theorie, weil wir haben ja diese Verhandlungsstufe neben der, äh, neben der Karte. Und, äh, ich hab mich immer gewundert, hä, warum ist das zweimal? Obwohl so eins bis fünf dort ist, äh, links dort, die Kästchen. Ich vermute mal, eins ist die Polizei und eins ist die Armee. Äh, ja, ist jetzt bloß so meine Vermutung. Das ist mir beim Schneiden aufgefallen, aber jetzt, weil er gerade so sagt, ja, ja, Armee und Polizei, jetzt muss es gerade wieder klar geworden. So... Hä?